Diesmal gewinne ich. Das habe ich im Wurin. Also, was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Elysium stürzt auf Deponia. Verstehe. Sie sind beunruhigt wegen der bevorstehenden Apokalypse. Ja, denn ich bin ein feiges Walroth, das sich lieber in seinem Bett verkriecht, als seinen Freunden bei coolen Abenteuern zu helfen. So, so. Ich finde, wir machen Fortschritte. Kommen wir also zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hier rauf? Das ist ja furchtbar. Warum zeigen Sie mir das? Interessant. Können Sie mir sagen, warum Sie so dekutiert reagieren? Keine Ahnung. Vielleicht was mit Komplexen. Weil ich irgendwelche Komplexe habe vielleicht. Ich meine, ja, ja, ganz sicher. Ich habe ganz tolle Komplexe, die man unbedingt medikamentös behandeln muss. Es ist noch zu früh, um eine abschließende Diagnose zu stellen. Ein Bild haben Sie... Nein! Ich habe nicht schon wieder Lust, Bilder zu sammeln. Ging mal das irgendwo her? Ich habe keine Ahnung, wo das Bild herbekommen. Vom Papier nicht. Ähm. Wahrscheinlich vom Rebellenlager. So, jetzt, wo du wieder hergestellt bist, wirst du mir da endlich helfen. Warte, das war dumm. Merkst du selber, ne? Ich ziehe die Frage insgesamt zurück. Nein! 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 Nein, nein. Nehmen Sie Haltung an. Wir sind noch nicht fertig. Was tun Sie denn da? Entschuldigung. Ich dachte, ich hätte einen Rebellen gesehen. Lassen Sie den Unsinn. Wir sind noch nicht fertig. Nein. Das war falsch. Wartet mal. So, jetzt bin ich gerade verwirrt. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Ich feuer nochmal gerade eins ab. Organon. Was sollen Sie denn da? Ich dachte, dass Sie den Unsinn gesehen haben. Organon. Organon. Dann müssen wir doch irgendwo... Vielleicht hier? Also. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da. Es wird doch irgendwas damit zu tun haben. Es ist gerade so spatter, möchte ich. Ich kann später ein... Es ist ein Symbol. Ich werde auf K. Schlimm genug. Und das Loch. Und das... Ich verstehe das nicht. Wir müssen... Also. Mit dem Rufus da unten in der Kanalisation macht das keinen Sinn. Wir müssen... Irgendwie... Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo... Irgendwie müssen wir mit... Hiermit... Und... Ich bin... Äh... verwirrt. Weil irgendwie... Irgendwas müssen die miteinander zu tun haben. Ich bin grad irgendwie ratlos. Aber irgendwie hab ich auch Ahnung. Also... Moment. Der aktuelle Stand da unten könnten wir eigentlich... Was? Äh... Moment. Moment. Ähm... Da könnte man nach den Kindern gucken. Da oben sehen wir grad die Hürmde und dann bin ich mir ganz sicher, dass wir da irgendwas mit dem Rufus machen müssen. Und... Ach, weißt du was? Aber das wird nichts bringen, wenn wir nach den Kindern gucken. Ich guck jetzt trotzdem mal grad nach den Kindern. Auf geht's nach hinten zum Rohrwald. Moment. Können wir hier was machen? Ich mein... Irgendwo muss es ja da sein. Ähm... Das ist, dass er da auch schon vorher gefunden hat. Draußen ist so ein Stück. Ich... Ich... Ich feuer ja nochmal grad was an. Nee. Okay, dann... Ähm... Gucken wir mal grad... nach den... Kindern. Die schlafen alle schön. Da können wir sonst jetzt auch nichts machen. Okay. Nein, die... Ach... Wollen wir das anmachen? Nein. Den Fang hier... Was? Oh... Eine Kochschu... Genau das Richtige zum Einschlafen. Fleisch im Teigmantel. stood da. Gebücher 튞�. Wirictun méd! Ja, ja. Ich bin neutral.